Hä? Was geht, Leute? Ich bin's wieder! HA! Zurück mit dem heftigsten Realtalk aus meinem Benz! Gibt es Autogramme an die Fans in meinem Benz? Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Fragt doch nicht immer. Ich weiß, ihr hättet gern, dass es mit Into The Pit unendlich so weitergeht. Aber ich muss euch was gestehen. Nur weil ihr in die Kommentare schreibt Das hat neun Enden! Hat das Spiel nicht wirklich! Neun Enden! Das ist dann nur in eurem Kopf! Aaaaaah! Die Stimmen! Aaaaaah! Und so gern ich mir jetzt noch filmen... Und so liebend gern ich mir jetzt noch 25 Wege aus den Rippen schneiden würde, wie das Game ausgeht, muss ich zugeben, ich seh vielleicht so aus, aber ich bin nicht Gott. Und wenn ihr das nicht kapiert, gibt's Stress. Und das wollt ihr nicht. Spaß, dann gibt's keinen Stress, sondern dann gibt's Brust und Verzweiflung, aber... Während wir hier noch diskutieren, ja, florieren Horror-Games, weil denen keine Einheit gebietet, ja? Die denken, ich bin abgelenkt und beschäftigt. Freunde, wir müssen zurück an die Front! Wir müssen die aufhalten! Also herzlich willkommen zu Five Nights at... Ach ne, äh, SCP... Gar nicht mal so dezent, weil... Es soll sehr gruselig sein und spooky und creepy und scary! Leckermäuchen tut! Leckermäuchen gut! The Busy Beaver always carries the flashlight! Ich bin Busy Beaver! Immer fleißig! Boah! Und die Stiele vom Eis werden mitgegessen! Eine kleine Portion der Spieler hat Probleme, dass die Maus nicht registriert! Oh, ach, deswegen ist es ein Horror-Game! Ne, funktioniert! Aber für immer wird mich verfolgen die panische Angst oder Dysfunktion der Grundsteuerung! Der Horror, Leute! Oh, ach, gehen wir nach Hause? Oder... Höher? Oder tiefer? Oder... Error? Hm... Ja, dann halt nicht! Nehmen wir die Treppe! Ist eh gesünder, oder? Oder... After hours access to ground floor and parking only! Dann wird das unser Weg sein! Oh! Moment! Ich... Ich will aber ein Busy Beaver sein! Meine Taschenlampe? Oh, darf ich wieder nicht! Was? Wieso nicht? Warte, warte mal auf! Danke! Jetzt hat es dir so Mühe gegeben hier rum zu flackern, aber ich hab's wieder versaut! Bro, du brauchst auch mal Urlaub, ne? So... Ah, ich schätze einfach mal... Wir müssen uns hier von Stockwerk zu Stockwerk hangeln... Und dabei immer ist falsch! Schade! Habe ich gleich gewusst! Hm... Ich denke... Äh... Press F to turn on... Ich hab die ganze Zeit F gedrückt! Ich bin doch nicht von vorgestern! Oh, Junge! Mit der Gaslighting Simulator hier! Mach das Brett jetzt auf! Oder trau ich mich nicht, oder was? Drücke... Ja, gut! Ich mach was du sagst, gelm! Ich bin nicht wieder vorlaut! Oh, der Spaß, der verfolgt mich! Ich kann ihm nicht entrinnen! So, 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 so! Wo wollen wir denn überhaupt hin? Was ist denn das Ziel? Ich weiß gar nicht, ob ich weg will! Oh! Er wollte weg, ja! Das hat dann nicht ganz so geklappt! Spätestens hier hätte ich dann auch eine Taschenlampe aufgelesen! Oh, darf ich mir das mal ausleihen? Nein, sie sehen nicht so aus, als würden sie das noch brauchen! Good Sir! Wie ist es denn morgen? Freeman, Alter! In seiner besten Rolle als, äh... Toter Putzmann! Junge, das hat mich Überwindung gekostet! Ich hab Angst gehabt, dass der schnappt! Okay, Parking Lot... Appears to be stuck! Oh! Ah ja! Habe ich gewusst! Und nun? Thanks for playing! Oh, wow! Oh, ich hoffe, das ist nicht meins! Die Farbe stimmt schon mal! Die Motorisierung und Ausstattung gefällt mir noch nicht! Okay, ich will... Ich will hier nur von Dannen reisen, ja? Hat er wer geklopft in der Karre? Ey, yo! Hallo? Oh, shit! Scheiße! Die werden mich wieder festnehmen, aber nicht schon wieder! Noch so'n... Noch so'n Anruf erträgt mein Vater nicht! Denk doch an sein armes Herz! Okay, hier geht's dann irgendwann raus, ne? Aha! Oh! Wait! Wait, what? Hä? Hä? Ich bin so verwirrt! Oh Gott! Die Treppe ist das SCP, oder? Oh nein! Ach so! Jetzt kapier ich das! Och, Bruder! Okay, was... Oh! Entschuldigung! Ich hab den fast über einen Haufen gelaufen! Verzeihen Sie! Ich bin etwas nervös, ja? Ich muss mal wieder ankommen! Das legt sich nach nur Zeit! Ich muss nur eine endliche Anzahl an... Blödsinn quatschen! Und dann sind wir wieder auf Kurs! Bro, der Sound, der da gerade von oben kam, ne? So, als würde da jemand langlaufen! Das war schon krass! Ah! Oh, Quatsch! Ich brauch vielleicht auch mal Urlaub! Mir geht's wie die Tür! So! Boah! Ja, Spiel! Wie ist das möglich? Oh Gott, das klingt doch direkt in die Backrooms! Oh Gott, das klingt doch direkt in die Backrooms! Oh Gott, das klingt doch direkt in die Backrooms! Die Treppe führt nicht dahin, wo du erwartetest! Das macht keinen Sinn! Ich freue mich! Ich bin schon seit Tagen unterwegs! Such nach einem Ausgang! Ich suche eine Erklärung! Oder einen Weg zu entkommen! Ich habe nur andere gefunden, die mich hier beobachten! Menschlich in der Natur! Menschlich in der Natur! Höhere Intelligenz! Oh, das müssen wir noch feststellen! Gewalttätig! Oh, und das sind bestimmt Rätsel, die ich lösen muss! Der hat Checkpoints hier gesetzt, um dem zu entkommen! Oh, mal gucken, ob wir den finden! Boah, ich bin ja gespannt! Ja, ja, der hat hier einen Zettel hinterlassen! Ich muss dir wahrscheinlich einsammeln! Wenn du so entgegenst! Dann glaube ich, dass die Übersetzung geholfen wird, deinen Gehirn zu halten! Okay! Das klingt so, als hätte er so eine Art... Ja, wie so Fallen irgendwie hingesetzt! Oder Dinge, wo die nicht langkommen! Obwohl sie schlauer sind als Menschen! Und ich weiß noch nicht, wie das Sinn macht! Ah, mit der Kreide hätte ich speichern können! Brauche ich aber nicht, weil ich Autosave aktiviert habe! Gut! Äh, Moment! Vier Gefangene... ...stehen quasi... Also aufgereiht von der kürzesten Dauer, wie sie im Gefängnis verbringen, zu der längsten! Einer ist vor 6 Jahre verurteilt worden! Der andere hat seine Strafe reduziert um die Hälfte bekommen! Einer reduzierte... ...a sentence added to his... Was? Had redu... One had the man's reduced sentence... Achso! Das, was der andere reduziert hat, wurde ihm... ...drauf getan! Und einer wurde, äh... Naja, eben gegen... Also null, quasi! Moment! Null? Achso, hier sehe ich das! Lol, sag doch das! Dann müsste aber 6 das höchste sein! Warte mal, muss ja nicht! Another had the sentence reduced by half! His sentence... Wessen? Seins oder das vom Vordermann? Also 3! Oh mein Gott, Spiel! Was mit dir? Nein, nein, da klicke ich jetzt noch nicht drauf! Ich versuche das zu lösen! Ich mag so eine Rätsel eigentlich, auch wenn ich nicht besonders gut darin bin! Das heißt, die kleinste Zahl fängt an! Okay, ich bin zu dumm dafür! Aber wie findet man denn diese... ...Mitte raus? Shortest to longest! Aber was? Ja, okay! Ich kann lesen! Ah! Okay! Es war jetzt ein bisschen gebrootforst, also 0369! Ich... Kann mir nur vorstellen, dass das irgendwie nicht sehr... ...eingängig... ...gewirdet ist! Wie soll ich denn das erklären? Ja, wie gesagt, es war zu 70% geraten! Was ich da genau tun muss! Es ist anders, als man denkt! Okay, Moment! Schauen wir mal hier rein! Mal gucken, wie die anderen Rätsel aufgebaut sind! Ich mag sowas wie gesagt! Oh Gott! Eigentlich sehr gerne leiden! Aber es muss dann halt richtig funktionieren in sich! Auch immer das finden sollte! In der bedrückenden Ruhe dieser... ...dieses verdammten Treppenhauses schreibe ich diese verzweifelten Worte auf wie... ...bleiche Figuren, die immer näher kommen! Oder, ja... ...während die immer näher kommen! Das ist halt so ein bisschen... ...metaphorisch geschrieben! Sie jagen nach mir! Sie kommen näher! Sie steigen ab aus dem schwarzen Abgrund! Wenn sie das finden, geben sie diesen Brief meinen Eltern! Selbst wenn sie keinen Leichnam finden! Ich fühle, dass ich bald eins mit den Schatten wäre! B.A. Sophomore! Bernhard Gore! Okay! Äh? Ah! Hier lang? Vier Überbleibsel kann ich also finden während des Spiels! Welcher Beispiel? Boah, Alter! Zum Glück ist es ziemlich fest verschraubt! Werde ich hier was sehen? So, das wäre crazy! Irgendwie so Augen, die mich anstarren, während ich hier vorbeilaufe! Boop! Nächstes Rätsel! Der Playstation Controller! Warte mal! Äh... Den Symbolen nach, oder? Also! Viereck, Kreis, Dreieck! Viereck! Kreis! Dreieck! Ist das so? Wenn, dann war das sehr, sehr einfach! Okay! Amin! Oh, wait! Es geht weiter! Oh mein Gott, das ist das übelste Labyrinth! Ähm... Halbkreis... Oh Gott! Soll ich mir das abfotografieren, Alter? Ich meine, ich kann es mir eigentlich merken, aber... Halbkreis, Viereck, Dreieck... Und hier so ein komisches... Wie heißt denn das? Trapez? Halbkreis, Viereck, Dreieck, Trapez! Halbkreis, Viereck, Dreieck, Trapez! Viereck, Dreieck... Trapez! Nur für den Fall! Hier... Hier... Okay, Dreieck, Trapez! Es wird jetzt immer mehr! Äh... Doch, aber nicht das! Das ist doch aber das... Das ist doch aber das Falsche! Ne, warte mal, hier ist es! Boah, das kann man manchmal schlecht sehen! Und... Trapez... Oh mein Gott! Bro, das ist gar nicht mal schlecht gemacht, Alter! Hier lang! Ja, das will ich auch nicht! Alles klar, next level! Boah, sehr interessant! Oh, das letzte ist ein... Ein bisschen ein Ratespiel! Also so ein... Puh, was ist das? So Diamant? Also auf jeden Fall hier lang! Und dann... Was kann man erkennen? Halbkreis nach unten? Oh, das müssten vier sein! Halbkreis nach unten... Hm... Das ist ein bisschen die Frage! Wir gucken mal! Will ich richtig? Geht's da raus? Bro, ich muss übel dinken! Oh mein Gott! Habe ich gesagt, das war gut verschraubt! Wow! So, ja! Jetzt kann ich dir einen Kaffee mitbringen! Okay, wo geht's lang? Immer weiter hinab, ne? Oh, das ist eigentlich der Weg, den du nicht gehen willst! Aber was haben wir für eine Wahl! Nächstes Tape! Sehr cool! Wow! Es fühlt sich so gut, dass ich endlich meine Läge wieder abschneiden! In meinen Erwartungen... Es sollte nur ein paar Stunden dauern, um die Ventilationsdokse nach meinem Gelegenheit zu nehmen! Oh, wenn ich mir nicht hätte, dass ich nicht alles ausmacht habe, wie ich es gemacht habe! Ich habe mich mehr über unsere Predigtungen gedacht! Oh, warte mal! Der hat sie markiert! Ich habe theoretische Phänomene studiert! Wir würden sie als Non-Euklidische Geometrie befehlten! Und auch wie ein altes Raum! Wo ist das Raum mit uns selbst? Und kann sich fast infinitlich auf die höheren Differenzeiten! Wie hieß denn das? Ein Tesserakt! So ein mehrdimensionaler Würfel sozusagen! So ein Scheiß! Übelst interessant finde ich das! Ich habe auch mit unseren Kampanien mehr nahe zu studieren! Die deep redere Reaktion, die mehr violineren Lidia-Reaktomite-Präsidenten Aber sie sind behaviorale Pattern! Und soziale Strukturen! Die Theorie, dass das vielleicht mal Leute waren! um so lange in diesem Raum zu überleben, bringt mir aber eine Sparke von Hoffnung! Meine Verkaufungen beginnen zu schlafen! Ich werde versuchen, zu überleben und zu finden, wie sie so lange überlebt haben! Ja, indem so Leute wie ich immer diese Treppen weiter hinuntergehen! An mir kannst du bestimmt ein paar Tage satt werden! Oder deine kleine Alien-Großfamilie versorgen! Präsenz! Deine Präsenz beeinflusst die Wahrscheinlichkeit, bemerkt zu werden! Ja! Und das Licht spiegelt meine irrische Materie und das beweist meine Existenz! Hast du noch eine Binsenweisheit für mich? Rennen! Licht! Und zu nahe kommen! Alles klar! Wir haben hier eine Anzeige! Ach, Bruder! Oh Gott! Okay, dahin nicht! Zum Glück habt ihr doch Schlüpper an, Alter! Oh, was ist denn das hier? Ich renne mal gar nicht! Ich latsche einfach mal lang! Ba-ba-ba-ba-ba-ba! Nicht ohne mich umzuschauen! Ich kann meine Taschenlampe nicht ausmachen! Da ist jemand! Ich hab's gesehen! Oh, Alter! So! Steht direkt einer vor mir! Okay! Okay! Zu! Mach zu! Mach zu! Es geht nicht zu! Au! Au! Noch ein Rätsel! Okay! Gut! Ah! Let's go! Solve! Ah! Äh! Was? Oh Gott! Zwei! Drei! Vier! Fünf! Sechs! Sieben! Acht! Neun! Zehn! Elf! Zwölf! Ja! Warte doch mal! Ähm! Okay! Ich muss... Ich muss das nachbauen, oder? Also, was ich glaube ist, dass du das nachbauen musst und die Beleuchtung muss dann dem entsprechen, was du hier als Weg herausgefunden hast. Du musst das also alles angleichen. Und ich gehe mir davon aus, dass dieser Pfeil hier das Exit markiert. Und dann könnte es natürlich... Also wenn das der Fall ist, dann kann glaube ich nur das dahin passen. Und jetzt ist... Jetzt ist die Frage... Ja, das führt ja... Das führt ja weg. Okay. Äh... Oh, Moment! Moment, Moment, Moment! Ja! Beruhigt euch bitte! Oh! Oh, warte mal! Oh, das ist gut! Oh, das ist gut! Wir haben's! Oh, yes! Das sieht gut aus! Ähm... Das bedeutet... Was macht man denn aus? Wir machen die drei... Ne, die drei machen wir nicht aus. Broh! Warte mal! Wir machen mal alles aus! Wir kommen ja auch nicht von hier! Warte mal! Die sechs ist auf jeden Fall weg! Ähm... Das sieht richtig aus? Das sieht richtig aus! Von mir aus? Nein! Ich glaube... Oh Gott! Ich glaube nicht! Ja... Weiß ich nicht! Das könnte auch sein! Möchte ich dann hier so lang? Ich seh halt überhaupt nicht, wo ich lang muss! Okay, das ist korrekt! Zack, zack, zack! Zack, zack! Oder... Oder muss es doch alles aktiviert werden? Oh, warte mal! Warte! Das hier... Das muss weg! Und dafür muss... Eigentlich hier noch irgendwie was! Wait a second! Aber das ist nicht richtig! Aber das ist nicht richtig! Was sagt denn... Was sagt denn der Hinweis? Ja, 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 ja! Ist okay! Was macht denn der... Kliemannhinweis? Ah, jetzt ist er weg! Was das angeht, bin ich mir halt... Turbo unsicher! Aber ich würde sagen, ich muss hier so lang! Wir haben ja nicht genug Platz, um das genau nachzustellen, gefühlt! Oh, das habe ich schon mal richtig! Das löst er dir? Okay, das ist nur echt nicht das Problem gewesen! Ach, oder sind das nicht die Beleuchtung der Außengrenzen, sondern... Quasi aufm... Aufm Boden! Ja! Bro! Dann... War das jetzt nur ein Verständnisproblem! Aber ich... Ach, hier geht's auf! Aber ich sehe es halt auch nicht so richtig, was... Was ich da gerade beleuchte! Ich dachte, das wären die Zäune! Das würde nämlich... Das würde ja auch irgendwie Sinn machen! Oh Gott! Noch ein Labyrinth? Oh, Bro! Hier kann ich auch Jahre brauchen, ne? Ey, ey, ey! Richtig! Jetzt gehe ich auf Mutter! Mist! Ihr versucht doch mich zu kriegen, Alter! Ich finde mich auch nicht zurecht! Shit! Da steht einer! Ich muss... Ich muss hier lang? Ah! Selbst es gibt ein Trick, wie du... Oh, warte mal! Wie du schnell durch Labyrinthe kommst! Ja, aber wenn... Da... Bleiche Alien-Kreaturen stehen, die gewalttätig sind und dich fressen möchten... Kannst du halt auch nicht überall lang, ne? An der Wand! Huuuuch! Nächstes Mal! Helm tragen! Oh, nur ne Taschenlampe! Geil! Kann ich mir vorne in den Hosenstall stecken! Oh, Kreide! Ja, gib ruhig! Sind die da? Oh, ich glaub, die sind immer da! Äh, für was... Für was ist das der Schlüssel? Hier ist noch ein... Ein Rucksack! Hilfe! Ich bin gefangen im... Oh, das sind immer andere Personen! Im Treppenhaus, nicht allein! Habe ich schon nie gemerkt! Das ist das letzte meines Essens! Wehe, du hast mir nicht den Rand übrig gelassen! Äh... Oh! Ich sollte sie vielleicht mit... mit... mit Essen irgendwie beschäftigen? Habe ich das da richtig herausgelesen? Wo muss ich denn hin jetzt? Hier geht's auf jeden Fall nicht weiter! Bro! Misty-Uti, beruhig dich! Ist es das? Holy Shit! Das war die Mutti! What?! Oh ne, auf die geh ich nicht! Ach du Scheiße! Okay! Okay, gib her! Roar! Los! Let's go! Mach zu! Fast ne ganze Woche musste ich mich hier verstecken. Ich habe etwas anderes gehört, das diese Halle steckt. Ein Weibchen. Von einer anderen Sorte. Ja, ja, ich hab's grad gesehen. Oh, das ist wirklich die Mutti, ne? Oh, ja, das ist wirklich die Mutti, ne? Die Mutter! Oh mein Gott, ich hab das Predigt jetzt! Die Mutter! Bro, da kannst du nicht... Da kannst du aber nicht von... Warte mal! Was ist das jetzt hier? Not blind, but nor... But don't... Consciously see. Seh nicht bewusst. Eroded facial structure could be caused by... Upsi! Oh, ich wusste, ich seh aus wie ein Snack, aber... Leider nicht available. Ne, ich bin nicht diätkonform. Hast du leider Pech. Wir arbeiten doch an der Strandfigur, nicht wahr? Niedrigere kognitive Funktion. Bedeutung auf kognitiv. Ich geh jetzt mal hier lang. Nicht, dass das einladender wirkt, aber... Oh, wow. Vier Schritte, Fleisch zu kochen. Ihre Münder zu tapen. Und... Ach du Scheiße, der frisst die auf. Es unterbinden, dass sie nach der Mutter rufen. Sie verbluten lassen. In... In Container für... Für später. Über der Flamme kochen. Und die Temperatur überwachen. What the fuck? Äh, okay. Moment, kann ich... Ne, 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 ich will... Ich will hier mal raus. Ich brauch die... Farben, glaube ich. Irgendein Hinweis. Oh, warte... Moment, 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 Moment. Weiß, braun, grün, rot. Oder soll ich das einfach hier in Ordnung bringen? Ne, hä? Das sind Zahlen. Zahlen von 1 bis 6. 4 Steps of Cooking Flash. Was... Was entspricht das? Also... Will ich vielleicht doch nochmal umsehen? Hier kam ich raus. Hier ist... Nichts weiter. Oh, was? Was? Oder sehe ich irgendwas? Nein. Alright. Dann bin ich mir nicht sicher, wo ich gucken muss. Was hier auf dem Tisch... Oh, warte mal. Hier liegt noch was. Okay, hier ist Kreide. Da könnte ich speichern. Organ collected. Ich muss die Organe einsammeln? Wieso aber? Für später? Ein Snack? Oh, come on. So lange bin ich noch nicht hier. Und so verzweifelt bin ich auch nicht. Das sind Magnete. Ah, das sagt mir auch nichts. Hast du noch was in dir? Huh. Bro, I don't get it. Jetzt brauche ich wirklich mal einen Hinweis. Moment mal. Ich habe ein Lidernes Organ gefunden oder von mir aus braun und ein Orangenes. Aber ich muss halt hier... Ich muss halt hier irgendwie die Zahlen rausfinden. Okay. Denken wir mal... Was können wir denn da rauslesen, was Zahlen bedeuten? Tape der Mouth. Weiß. Weiß. Hier ist weißes Tape. Oh, soll ich das zählen? Bro, das... Bro, das wäre das einzige. Moment, 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 Moment. Ähm. Biologieraum. Was haben wir denn da? Cook over flames. Empty blood into containers. Es kommt jetzt aber niemand, oder? Oh mein Gott. Bro, beruhigt euch. Kann ich hier zumachen? Bunsenbrenner. Bunsenbrenner. Sechs. Oh, lol. Ich soll die zählen. Das ist... Das ist eindeutig. Tape, weiß... Ähm... Blood... Containers. Die hier? Ja, was sonst? Oder seht ihr irgendwo Kanister? Container ist halt ein bisschen... Ein bisschen komisches Wort dafür, aber... Monitor the temperature. Haben wir irgendwie einen Thermometer, oder ist dieses Thermostat hier gemeint? Da ist zumindest rot. Es könnte. Also wie viele in diesem Raum sind, oder wie viele auch in dem Nebenraum sind? Jetzt sehe ich keine Brenner. Ich sehe erst mal... Sechs Tapes. Da hinten nichts weiter. Sechs. Und... Sechs. Brenner. Und vier. Sechs. Sechs. Er legt noch ein Organn. Sechs. 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 했 neighbours. Ich probiere es mal. Sechs... Vier... Zwei? Eins? Naja... Das ist es nicht. Ich bin auf jeden Fall Oder halt 3, 1 Hint Ja, okay Dann hab ich aber auf jeden Fall richtig getippt Ähm Oh, warte mal Ich hab das nicht nach der richtigen Reihenfolge gemacht Warte mal, 6 davon 4 hier von Sorry, das war Goofy Ja, Entschuldigung Ich hab das jetzt gedacht, so wie ich es gezählt hab Aber das ist natürlich nicht richtig So Oh, why I mean Obviously Bro, ich brauch noch ein Herz Warte mal Oh, das ist auch noch ein echtes Und dann krieg ich einen Schlüssel Auf magische Art und Weise Why Wo kommt der raus Oh, ich brauch glaub ich noch Ihmchen hier Dickdarm oder was das ist Was ist denn das Oh, das brauch ich auch noch Ah Warte mal Also alles prinzipiell Ähm Ja, ich mein, das hab ich ja schon Aber das ist, das ist, das ist, das ist, glaube ich falsch Oder ist das schon drin Okay, nee Alles klar Received Key Den hab ich also schon Der ist in meiner Tasche aufgeploppt Verstehe Subi Gali grü Oh Gott Das ist kein Notausgang Ich glaub dir nicht Ja, genau Ich hör dir den fucking Chase Sequenz, Alter Ich kann ihn Nicht bedienen hier Ich muss weiter Und ich hoffe, meine Schenkel machen Noch ne Weile mit Oh 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 Oh, wohin Oh, das ist ja fürchterlich Oh 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 Gott Die kommt ja nicht her Oh 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 Alter Ich hab sie sagt Ich weiß nicht, wie man Ich hab keinen Dunst Augenscheinlich bin ich richtig Tja Ist leider schon belegt Der hat irgendwie das gleiche Problem Bro, wir könnten uns zusammentun Gemeinsam verdichten wir die Sith Ach, verdammt nochmal Hier komm ich her Nein, das ist wirklich ein Labyrinth Hier, oder? Hier bin ich richtig Hier geht's weiter Freiheit Boah Das war Das war ganz schön mies Requires missing components Aha Solve Ja, was kann man denn da Schönes Also Hm Ich rate Ähm Da müssen wir mal gucken Da müssen wir mal gucken Aber wir brauchen Wir brauchen ja zunächst erstmal Achso Den Stromkasten Das ist was eigenes Und dann Was ist das zweite hier? LSD Trip? Keine Ahnung Oh Oh nein What? Ach du Scheiße Oh nein Oh for real? Oh Was zur Hölle soll das ergeben? Hä? Ah ja Ah Warte mal Also es soll ja irgendwie Es soll doch irgendwie zusammenhängen Oh, warte mal Oh, das gibt mir Des Rätsels Lösung Das könnte jetzt natürlich Das könnte halt so sein Ja 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 Das Das Äh Das hier noch Ne Das lila ne ist das Yes Okay Magnesium Coil Hm So Also das hab ich schon Und jetzt muss ich das hier noch lösen Aber Wie So Habe ich da irgendeinen Weg um das abzugleichen Alarms Ich wünsche ich könnte die Taschen aber ausstellen Kann ich aber nicht Ach hier sind es noch mehr Rätsel What? Ah Okay Okay das muss ich zusammenrechnen Es sind acht Wahrscheinlich ist es nicht Wahrscheinlich ist es nicht so einfach Ah Ja ne Es ist schon klar Was ich machen muss In dem Falle Siebeneinhalb Siebeneinhalb Sind Fünfzehn Und dann bräuchte ich noch drei Wait Rot ist richtig Ja Siebeneinhalb Fünfzehn Ja Okay Siebzehn Noch Zehn Jetzt hab ich keine drei mehr Mann Fuck Ich muss aber Ich muss aber alle Sicherungen hier reinsetzen Dann mach ich das so Es kommt irgendwer Warte mal Zehn und vier Und drei Hab ich nicht Oh doch hab ich Ja Okay Sorry Das war doof von mir Ich hab das einfach nicht gesehen So Das auch sorgen Ne Woll ich nicht Mach dir hier Treppensound Sinn Ich fass es nicht Hm Solve Was wo Das hier Wahrscheinlich das Oh Äh Ups Wo sind wir Da sind wir Entschuldigung Äh Ja ich weiß jetzt nicht wo Wo ich das halt hernehmen soll Gib mal bitte einen Hinweis Keine Ahnung Posters Thank you Hätte ich vermutlich auch alleine rausfinden können Das hier Four ways Oh wirklich jetzt Posters Where are your safety equipment Zwei Ach so Äh Vier ist grün Zwei ist gelb Hm Vier ist grün Zwei ist gelb Wo sind denn noch Poster Warte mal Ich mach das mal schon mal Einmal das hier Einmal das hier raus bitte Vier grün Zwei gelb Die anderen noch Ist doch hier auch keine Tür Da ist Da ist was blaues Aber wir brauchen Wir brauchen was schwarzes Schwarz und rot Brauchen wir noch Ja 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 hab ich jetzt einfach geraten Ähm Sorry ich muss die Ich muss die Power connecten Nein ich hab's wieder abge Abgekapselt Bis gerade Hier ist Magnesium flare What Ich kann damit Enemies Stun Das ist ja crazy 109 Ist der Gatecode Ah ja hier Hab ich gar nicht gesehen Oh come on Ich hab nur zwei Wohin Oh die shit Oh Sorry panik Oh shit Oh shit Oh shit Wo hin Wo lang Oh shit Bleib da Oh Oh da hinten Oh Gott Oh Gott Der hätte mich fast erwischt Oh Wo ist denn jetzt hier was Oh Hä ich hab's doch hier Ich hab's doch hier leuchten Oh come on Was ist hier raus Exit ist da lang Ja wo wo Oh Gott Boah Bruder Scheiß mal auf die Magnesium Fackeln Gib mir doch mal Navi Hätte ich schließlich basteln sollen Oh ach das Warte mal Ist das hier ein Rundumgang Ach da muss ich hin Ich dachte das wäre das Wo ich herkam Boah hat mich das verwirrt Das ist hier direkt daneben Ach Brüder Auf jetzt Ach so Meine Fresse Das ist wieder hoch Äh runter Eben nicht hoch Junge Also kann ich mir da nicht so ein kleines TomTom zusammenbasteln Rechts Abi Bitte wenden Auf jetzt Oh nein Ich sollte jetzt eigentlich noch ein paar von den Dingern haben Oder Ganz Leise Und Nacht Nein Nein Was Oh come on Pst Go away Hey Okay der hat mich verloren Da steht aber einer Nicht zu nah Ich muss hier die Dinger einsammeln Irgendwas Hier Mann Oh zum Glück Kann ich hier runter droppen? Oh fähig Okay das eine ist Irgendwo hier Der patrouillierte an der Treppe Äh Bro Collect elevator panel Was 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 wo? Ich weiß doch Oh ach hier Dankeschön Jetzt nimm's Ist der da jetzt weg? Ja was soll ich denn da machen? Oh shit Ich kann den stun Oh shit ich kann den stun Das sieht doch nicht gleich alle aus Mit so Orchester hier Und John Williams so Jetzt die Blechblazer Oh hier Gib das YouTube Play Button einfach Okay cool Kann ich hier runter wieder? Nö natürlich nicht Nein Warum auch? Wär auch zu cool Warum hab ich denn jetzt eigentlich noch so ein Oh fuck me Warum hab ich denn jetzt eigentlich noch so ein Ding? Ah Oh man Das ist doch scheiße Weck mich Was? 2 von Was? Was? Weil ich da Magnesium eingesammelt hab Und nicht das was ich muss Oder was? Oh was ein Bullshit Okay Pass auf Ich war doch da Ich hab das Falsche eingesammelt Ist okay Krieg das hin Beruhigt euch Alles gut Alles okay Wir sind Bros Wir kennen uns seit der Highschool Kein Thema Ist nur ein bisschen Ein bisschen nervös manchmal Angesichts so noch Koryphäe wie ich Äh Ja aber Oh da ist es Jetzt nimm es Ich schwör Dieser Button reagiert immer nicht Geh Okay perfekt Ich glaub es was hinter mir Irgendwas schmatzt Bro Wie zum Drück Drück Geh auf Geh auf Geh auf Jetzt hab ich mir Seinen dreckigen Schlüpper Dankeschön Zu Zu Zum Glück ist hier zig Die respektieren die Natürliche Ordnung Okay Seine Uhr ist ausgegangen Wuhu 185 Tage Hast du die gespeist Boah da müsst ihr irgendwo Ein Rezeptebuch liegen haben Oder So langsam krieg ich nämlich Auch Hunger Oh ja ja sehr analytisch Alle Rätsel sind bis jetzt ein Klacks Also heißt das ich bin ungefähr so lange hier unten Ne 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 Ja und wie erklärst du es dann Außerhalb Der ist bestimmt schon tot Alter oder Der wurde doch gesnackt Die Mutti wirft mir nachher seinen Kopf hin Oder seine komische Seine Lesebrille wahrscheinlich So wie der sich anhört Und naja Dann haben wir's Alter Okay Okay Oh boy Here we go Wo muss es denn hin Muss es hier lang Wo muss denn was hin Also Das muss alles Das miteinander Connected werden Geh ich da recht in der Annahme Das ist schon mal scheiße hier Was ihr hier macht Geht das auch durch Wände Ich frag nicht für einen Freund Aber wenn dann hab ich's gleich Oder was muss Zack Warte mal Oder wie darf ich das verstehen Only one path can be made at the time Ja also Okay es geht nicht durch die Wände dann Ich mein das wär jetzt halt auch nur Der logische zweite Weg hier Wir drehen das mal um Nicht dass es irgendwie Was bringen würde oder so Müssen hier mal noch lang So rum Und dann Ah kommen wir hier weiter So längs Und dann Und dann hier hoch Warte mal hier ein kleiner Umweg Hier rum So Nur halt Shit wie kommt man denn hier rum Oder ist das Ding hier egal So jetzt sind wir hier so Zack Aber ich kann hier nicht die Kurve kratzen Dann muss ich hier Dann muss ich hier hinten rum Dann müssen wir das anders machen Und zwar Ne das funktioniert auch nicht Dann so Zack Zack Yes Aha Und dann So einfach wird's natürlich nichts Bockmist Scheiße Tja Bro Gar nicht mal so einfach Okay Ähm Hm Dann nicht hier außen rum Dann sozusagen So längs Aber Aber Fuck Aber irgendwie reagiert ja nichts Auf nichts hier Okay Der fragliche Punkt Befindet sich hier Wenn ich das umschalte Komm ich jeweils Entweder Zu was auch immer Das hier ist So eine kleine Spule Oder zum Schloss Oder zum Schloss Aber ich Verstehe nicht Wieso es nicht Funktioniert Vielleicht muss ich mich hier Irgendwie mal umsch Schauen Was Was Oh das Warte Warte Hä Hä Oh Oh Ich baue die Wege Oh Wow Okay Bro Das musst du mir doch sagen Lol Zu klein Mist Süß Ja und nun Wo geht es hier lang Oh da Da komme ich nicht mehr hin Kann ich hier Kann ich hier wieder rein Oh ich kann da wieder durch Okay gut Ah Oh Hier warte mal Äh Komm bitte Bitte nicht Stuck sein hier Bedeutet also Ist das hier das Labyrinth Das ist das Labyrinth Ich fasse es nicht Ja aber dann Dann haben wir es ja gelöst Ja da war die Sackgasse Jetzt gehe ich hier rum Das reagiert genau auf meinen Input Das ist Das ist Selbe Selbe Dings Wenn ich an dem kleinen Tisch was verändere Verändere ich hier Die Sachlage Komm in deine Arme Was immer du Bist Ein großes Kabel Oh Stellt es nichts in Frage Idee ist What it is Power Kabel Aber Was macht man jetzt damit Kommen wir da irgendwie weiter Oder müssen wir jetzt einfach was umstellen Und dann zum Schloss Das könnte halt sein Bedeutet also Dieser Dreh und Angelpunkt Den ich euch gerade gezeigt habe Der Im Prinzip wäre dafür Komm 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 So Jetzt Jetzt könnten wir zum Schloss Ich weiß noch nicht genau Was wir mit dem Was wir mit dem Power Cable machen Power Required Ob wir das da Sozusagen Anstöpseln Oder so I don't know Aber gehen wir mal Das ist ja Irgendwie mindestens Genauso ein einfacher Weg hier Ich finde es cool Das macht Das macht Spaß Das ist irgendwie kreativ Das hat Gespaltene Reviews Auf Steam Dieses Spiel Weil es halt wohl Sehr buggy sein soll Habe ich bislang noch nicht Befunden Requires Key Bro Ja aber Was machen wir denn jetzt Mit dem Kabel Wir müssen bestimmt Das irgendwie noch Verkleinern oder so Das Kabel meine ich Und dann Wo tun wir das aber hin Auch hier hin Alles klar Das heißt Gehen in die kleine Welt Und stecken das da dran Weil da kommen wir Größentechnisch da ran Hat er gerade gesagt Out of reach Aber hier Hier nicht Yes Sehr gut Ähm Jetzt sollten wir wieder Zurück gehen können Hoffe ich zumindest Weil hier gibt es Augenscheinlich Erstmal nichts weiteres Zu tun Müssen wir da oben Irgendwo den Schlüssel Rausholen Oder ist jetzt die Tür Offen Oh ja die ist jetzt offen Ah da ist er Den hab ich gar nicht gesehen Abnormally large key Ja den kann ich jetzt aber Hier einsetzen oder Kann ich den hier reinstecken Boah Alter Wie ich einfach dieses Und das Unlockt ja jetzt meinen Tisch Einfach diese Diese Weiß ich nicht Zwei tonnen Pures Metall Mit mir rum Schleife Dann da rein Verfrachte Und es einfach Zu drehen Beginne Yo Die Welt ist aus den Fugen geraten Dank meiner massiven Kraft Wenn ich mich einmal Hinsetze Gehe Die Erde aus Ihrer Umlaufbahn Aber jetzt Erstmal Zeit Für den Angriff Das ist der Türgriff Ach Brudi Das hätte ich aber auch Einfacher haben können Vielleicht irgendwas Reingesteckt Mir fällt schon was ein Mir fällt immer was ein Und dann Das werde Licht Nee Och Nicht noch Ein Labyrinth Och Bro Why Ich weine gleich Ich weiß nicht Wo ich da rauskomme Ich weiß nur Ich muss da irgendwie Oben hin Och What the fuck Oh nein Ich hab gesagt Die Rätsel Mal mir Spaß Ich nehm's Zurück Ich nehm alles Zurück Okay nach oben Ist nicht schlecht Und da Verliere ich wieder Die Hoffnung Nach oben Wunderbar Und Ich bin wieder Am Anfang Hab ich's Gesch Wait Wait Hab ich das Geschafft Bro No way Ich hab das Jetzt nicht In 20 Sekunden Gelöst Entschuldigt Ich bin Meister Vieler Fächer Offensichtlich Wee Ouch Get the gloves Größten Vergnügen Oh Magnesium Nice Get the gloves Get the fucking Taschentuch Oh shit Gloves 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 Pick a hook Oh was Was mach ich denn Jetzt hier Nach Handschuhen Suchen Ja aber Was ist das mit dem Reudigen Timer Wenn das abläuft Was ist dann Oh scheiße Oh scheiße Wie Ah Muss ich da Durch Uli Entschuldigung Ich dachte Ich muss hier Durch Okay Offensichtlich Nicht Ich geh jetzt Hier zurück Oder Oh Gott Ja ist Gut Get out This must be my way Ascent to freedom Das ist das letzte Level Oder was Oh Gott Warte mal Aber was Was muss ich denn Tun Ich hab irgendwie Einen Haken Gefunden Ich mach jetzt Hier temporär Die Lichter An Oh das Hält sie auf Oh hier sind Die Gloves Und dann Das Kletterhandschuhe Ah Ja Natürlich Bro Das Problem ist Woher Weiß ich denn Wann ich genug Zeug hab Get the hook Get the rope Okay Nur noch das Seil Ich kletter da Wirklich raus Ich hab nur Seil noch nicht Gefunden Ich muss Lernen Alles zu lesen Ah Was ist hier da Ist da was Power required Da brauche ich Aber auch Nen Bro Wie mache ich Nen Dis Scheiße Da brauche ich Irgendeinen Code Schaffe ich Das Aber auch Nie im Leben Schaffe ich Das Oh Ich hab's geschafft Lol Öffne dich Okay das Seil ist wohl Das schwerste Oder was Ich darf halt nur nicht runterfallen Aber das ist irgendwie mein Ah Kleinstes Ärgernis Hoch oder runter Je nachdem wo ein Schalter sitzt Aber ich seh nichts rot leuchten Fuck man Ah Ist gut Richtig doch mal Nicht immer so oft Ist nicht gut Für dein Herz Boah Ich find keinen Schalter Hier ist ein Schalter Aber wie komm ich denn da schnell hin So 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 Sobald ich's offen hab Ist okay Hier ist das Ne Hier ist nur Oh Fucking Gott Bitte Was Das hab ich nicht überlebt Das ist das Ende Ist es nicht Aber So gut wie Ist das ein Elefantenrüssel What Oh nein Gott zum Arsch Okay keine Kletterpartie Ich frag mich halt auch Woher er wusste Submit and be saved Yes Come with our salvation Woher er weiß Dass es da rausgehen würde Code required He is waiting What the fuck Okay Wo geht's denn rein Wo geht er raus Ist die Frage Warte mal Ich muss wahrscheinlich Hier ist der Eingang Von wo muss ich gucken Ist die Frage Ah Ich weiß Ähm Drei nicht Drei Warte doch Warte 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 Drei Eins Ich komm hier rein Geh hier weiter Eins Geh hier rum Zwei Neun Acht That's it Oder andersrum Acht Neun Zwei Eins Drei Acht Neun Zwei Eins Drei Oder Oder muss ich die Oder zusammenrechnen Oder was Oder was ist das Was ist jetzt das Thema Ich dachte ich muss Die Zahlen an denen ich Vorbeigehe Oh das ist eine sieben Das ist gar keine eins Ach sorry Drei Sieben Warte Drei Sieben Zwei Neun Acht Ja Okay Entschuldigung War goofy Ist doch ne Falle Down and down we go If you cannot escape this prison Then make the world this prison Ach komm hör auf jetzt Irgendwie so ein Lyriker zu werden Time is all it takes But time is all we have I thought I was better Or smarter Augen seien ich nicht But this place cares not We are not survivors Or even victims Just an unfortunate view Kirsten with piercing the veil Between this world and the next I pray That nobody finds these tapes Ja der weiß halt selber nicht Wo es raus geht Oh mein Gott Leicht erschrocken Das ist so ein Imperator Pelpedyn Scheiß Alter Ich will nicht Was zu verfluchten Hölle Okay Wenn wir eine Mutter haben Dann haben wir auch einen Vater Zumindest solange es Kinder gibt Ein Vater ist immer der mit den Rüsseln Oh jetzt werde ich tatsächlich eins Mit dieser Welt Ja Wahnsinn Escape Found what lies below the stairwell Das war fun Äh ich fand das mit den Rätseln cool Ich fand das kreativ Vor allem dieses Labyrinth Ding Das war sehr So äh Superliminal Mäßig Das war Das Das war sehr nice Ähm Und es passt auch zum Theme Irgendwie Äh Es ist natürlich so ein bisschen Dass sich sowas immer rausbringt Und es ist natürlich alles ein bisschen Bisschen hergestellt So ein bisschen Ja Du musst jetzt halt das lösen Das ist halt das Gameplay Aber Äh Ich fand das fun Das war ein cooles SCP Game Muss ich sagen Mh Denk ich zumindest Also es geht um die Treppe Die auf einmal sozusagen In sich Und dahin führt Als Als Tor sozusagen In so eine Parallele Dimension So Ob das du verstehst Ich weiß jetzt natürlich nicht Welches SCP das ist Aber ähm Ist es ja am Ende des Tages auch egal Lass gerne einen Daumen nach oben da Würde mich riesig freuen Ich hatte Ich hatte eine Menge Spaß tatsächlich Und wir sehen uns Beim nächsten Mal